So, wir treffen uns heute zum zweiten KI-Talk. Boris Eldaxen, den ich ganz herzlich begrüße, den Philosophen und Künstler, der in den letzten Monaten seit unserem ersten Talk eine ganze Menge an Erfahrung gesammelt hat und im Bereich der KI weitere Themen aufgegriffen hat und fortgesetzt hat. Und ich freue mich, Boris, dass das heute wieder klappt, dass wir uns hier zu unserem Thema wieder zusammen treffen. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr und bin auch gespannt auf unseren Dialog. Du bist ja in Sachen KI für mich jemand, der viel, viel erfahrener ist, der sich ja schon damit beschäftigt hat, als ich noch nicht mal daran gedacht habe. Insofern bin ich sehr gespannt, wohin heute unsere Diskussion geht. Und du hast wieder einen weiteren Gast hier, der das Intro übernimmt. Ganz genau. Wir haben heute wieder angemessen zu unserem Thema eine KI eingeladen. Und wir müssen auch feststellen, dass die Trefferquote, mit der wir gleich vorgestellt werden, von dieser KI sich auch verbessert hat. Wenn man an unseren ersten Beitrag denkt, da war so vielleicht 80 Prozent von dem, was die KI über Boris Eldaxen und mich herausgefunden hat, vielleicht richtig. 20 Prozent war, naja, doch eigentlich falsch gewesen. Und heute haben wir es wieder gemacht. Wir haben ChatGPT eingeladen, jetzt in der Version 4.0. Und da sieht das Ergebnis doch schon deutlich besser aus. Und es gibt sogar noch eine Besonderheit. ChatGPT kann uns gleich mal erzählen, was er auch über uns herausgefunden hat. Und ich habe der KI die Frage gestellt, wie wir beide, Boris Eldaxen und ich, zusammenarbeiten. Und ich lasse jetzt mal Diebkos Eldaxen und Jürgen Tankhoff collaborate by leveraging their shared interests in the intersection of art, photography, and artificial intelligence, AI. Their partnership began through social media interactions, where they discussed the opportunities and risks associated with AI in creative fields. This dialogue evolved into a deeper collaboration focusing on experimental and innovative approaches to visual art. Eldaxen, a seasoned photographer and artist known for his AI-generated works, brings a wealth of experience in integrating AI with traditional photography techniques. He emphasizes the importance of creativity and experimentation in utilizing AI tools, encouraging artists to explore new aesthetic possibilities by combining different AI platforms like Dolly 2 Mid-Journey and Stable Diffusion 5-FaSource 6-Source. Tenkoff, on the other hand, contributes his expertise from a more theoretical and philosophical perspective. Their discussions often revolve around the implications of AI on artistic practice and the ethical considerations of using AI-generated content. Together, they aim to push the boundaries of what is possible in visual arts, creating works that challenge traditional notions of photography and art 5-FaSource 6-Source. Through workshops, lectures, and joint projects, Eldaxen and Tenkoff foster a collaborative environment where both artists and audiences can engage with the transformative potential of AI in art. Their partnership highlights the symbiotic relationship between technology and creativity, advocating for a future where AI serves as a tool to enhance rather than replace human artistic expression. So, das war's. Und was meinst du, hört sich das besser an als das letzte Mal? Ja, das liegt aber an der Weiterentwicklung der Large Language Models und daran, dass das Wissen, mit dem sie gefüttert wurden, auch upgedatet wurde und dass einige dieser Modelle ja auch Zugriff auf das Internet haben. Faktisch ist es aber so, dass du das ja schon gelenkt hast, in dem du gesagt hast, erzähl uns was über die Zusammenarbeit. Wurde von der KI ja schon angenommen, dass wir wirklich zusammenarbeiten. Unsere Zusammenarbeit bisher beschränkt sich eigentlich auf den letzten Podcast und den Zielen. Das wird jetzt hier größer gemacht, als es eigentlich ist, weil es von dir schon in diese Richtung gelenkt wurde. Also das ist das, was Dr. Jürgen Squiba, der Leiter der KI-Arbeitsgruppe im Deutschen Fotorat, auch den Wirsing-Effekt nennt, wo er selber mal ein Experiment gemacht hat, eine falsche Familie von Wissenschaftlern zu erfinden und durch eben geschicktes Nachfragen die KI davon zu überzeugen, dass es sie wirklich gegeben hat und dass sie einfach nochmal besser suchen muss. Das ist etwas, was die meisten Leute so nicht auf dem Schirm haben. Und was ich ganz interessant finde aus der Diskussion in den letzten Monaten, früher hat man ja gesagt, ja, die KI halluziniert und jetzt gibt es die Ersten, die vorschlagen und sagen, ja, Halluzination ist vielleicht der falsche Begriff. Ja, da ist noch zu viel Realität da. Ja, dass der alternative Begriff, der jetzt vorgeschlagen wird von einigen Wissenschaftlern, ist Bullshitting, was nicht sehr interessant ist. Dass die KI statistisch da einfach Dinge zusammenbringt aus dem Trainingsmaterial und es ist eigentlich völlig egal, ob es da einen Realitätsbezug gibt oder nicht. Es ist auch völlig egal, ob einige Sachen davon richtig sind oder falsch sind. Also man kann es so ein bisschen sich vorstellen wie ein vor sich hin schwadronierender Donald Trump. Die Fakten spielen keine Rolle. Und das muss, glaube ich, allen bewusst sein, wenn man KI verwendet, dass eine Authentizität oder eine Faktenlage immer löchrig ist und je nachdem, was man abfragt, auch grundsätzlich falsch sein kann. Ich habe mir das Wirsing-Experiment durch angeschaut. Das ist ja wirklich beeindruckend und an der einen oder anderen Stelle lässt es sich aber sehr leicht entlarven, weil dort dann eine Zusammenarbeit mit verstorbenen, zum Beispiel verstorbenen Wissenschaftlern dargestellt wird, die zu sehr fruchtbaren Ergebnissen geführt hat. Und wenn man dann die KI fragt, wie sie denn darauf kommt, dann entschuldigt sie sich und sagt, ja, das war ein Fehler von mir. Und man könnte aber dann folgende Idee daraus generieren. Ich glaube, die KIs, so wie ich sie jetzt heute wahrnehme, ChatGPT 4.0, hat schon interne Routinen mittlerweile eingebaut, die es daran hindern, völlig falsche Angaben zu machen. Also zum Beispiel ganz einfache Routine, ist derjenige, den ich als Gesprächspartner dort oder als Wissenschaftler dort erwähne, lebt der überhaupt noch? Also wenn die KI in der Lage ist, über Wikipedia-Einträge, weil sie ja auch in der Lage ist, durch das Internet zu gehen und Recherchen zu führen, dann auch herausbekommt, dass jemand nicht mehr in der Lage ist, das, was sie jetzt so bei dem Wirsing-Experiment dort gemacht hat, tun zu können, dann macht sie das auch nicht mehr. Also ich habe hier mehrere Experimente gemacht und es kamen also nicht Falschaussagen auf diesem Niveau dabei heraus. Deswegen vermute ich mal, die neuen Algorithmen, die hier am Werkeln sind, die sind schon mal etwas ausgereichter, sodass sie so Mindest-Plausibilität-Checks machen. Ja, es ist warm heute, wir müssen viel trinken. Jetzt habe ich mich wirklich verschluckt, warte mal eine Pause machen, ich schneide das wieder raus. Vielleicht magst du den letzten Satz noch mal sagen, wie ich ausgerüstet habe. Ich denke, die Weiterentwicklung, die können wir daran sehen, dass, wenn wir Fragestellungen im Abstand von von ein, zwei Monaten bei Chat-GPT auch mit den neuen Modellen und der ständigen Weiterentwicklung einspielen, dann gibt es wohl mittlerweile auch Plausibilität-Checks in den Algorithmen, die verhindern, dass das passiert, was bei dem Wirsing-Experiment von dem Dr. Scriber stattgefunden hat, dass nämlich dann eine Zusammenarbeit mit schon Verstorbenen auf einmal auf dem Bildschirm erscheint. Und wenn man dann damals Chat-GPT darauf hingewiesen hat, dann gab es dann eine Entschuldigung und es wurde dann ein Workaround gefunden, wie man diese Behauptung noch halbwegs plausibel darstellen konnte. Die Versuche, die ich so gelegentlich mache, so im Abstand von 14 Tagen, drei Wochen, ist immer die gleiche Frage zu stellen und dann zu schauen, ob der Text, der dabei rauskommt, von Impulsibilitäten überquillt oder ob der immer wahrhaftiger wird. Nicht authentischer. Das kann auch die größte Flunkerei sein. Und hast du es ja auch schon gesehen, wir haben jetzt mal einen Podcast gemacht und jetzt sind wir schon Waffenbrüder geworden. Und das kann ja noch werden. Frag mich aber, was du mit wahrhaftiger meinst, weil philosophisch gesehen ist das mit der Wahrheit schwierig. Es gibt immer noch unterschiedliche Perspektiven. Da kann man eher über Fakten reden oder über Logik. Und das, was ich bisher verstanden habe, ist, dass das Problem der Sprachmodelle bisher wirklich eine logische Verknüpfung von Ursache und Wirkung ist. Was wir bisher generiert bekommen, sind ja statistische Wahrscheinlichkeiten, die aus dem Trainingsmaterial abgeleitet sind. Übertragen auf Bilder sieht man das ganz gut bei Video. Da versucht man auch ein Weltverständnis der KI beizubringen. Das Problem bei Video ist dann die Konsistenz, dass da ja bisher jeder einzelne Frame 25 Frames pro Sekunde gerendert wurde. Und wenn ich jetzt eine Katze auf dem Tisch haben möchte, sich das radikal verändert von Frame zu Frame. Und dann wird die Katze anders, dann wird der Tisch anders und dann verändert sich der Raum. Und diese Konsistenz, dieses Weltverständnis der KI beizubringen, da arbeiten sehr viele dran. Und damit versucht man ja auch den nächsten Level an KI zu schaffen. Ja, ich sehe es auf eine Spur niedriger. Also ich sehe das auf dem Level der Plausibilität Checks. Da mache ich eine Aussage, die tatsächlich nicht stimmen kann. Also wie, ich lasse jemanden leben, der schon ein bekanntes Todesdatum hat. Das sind die Dinge, die wir in der Vergangenheit häufig erlebt haben bei KIs, die sich dann halt einfach haben leiten lassen von bestimmten Vorgaben, die aber zunehmend dort rausfallen. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich könnte es also jetzt nicht belegen. Es ist auch kein fundierter Test, den ich hier durchführe. Es ist einfach meine Wahrnehmung, wenn ich jetzt mal im Abstand von 14 Tagen dann ChatGPT 4 in dieser neuen Version befrage. Also in der Version, wo der Bot auch die Möglichkeit hat, das Internet zu befragen und nicht nur von Erlernten, was er über einen bestimmten Zeitraum erlernt hat, dann profitiert. Ja, und wenn man dann ChatGPT jetzt nach Autopoiesis fragt, das, was wir damals diskutiert haben, dann werden dort die Erklärungen auch angenehmer. Ich sage mal angenehmer, weil wenn man ihn dann auch mit der entsprechenden Fragestellung dahin führt, dann bekommt man auch das Ergebnis, was ChatGPT Chia Null glaubt, dann auch produzieren zu müssen. Nicht produziert, sondern produzieren zu müssen. Und ich denke, das, was wir damals gesagt haben, das, was wir als Selbstreferentielle an Organismen in dem Zusammenspiel zwischen dem Künstler, der ein Bild schafft und dann dem Bild selber, was wir da definiert haben und uns überlegt haben, das hat schon doch einen gewissen Bestand erreicht. Es passt in die Systemtheorie von Talcott Parsons und in die dann von seinem Schüler Luhmann weiter fortgeführte Theorie, auch wenn es aus der Biologie stammt. Wir hatten ja damals gesagt, als kurzer Rückblick, dass chilenische Experten einen Begriff für einen biologischen Organismus geprägt haben, der die Besonderheit hat, dass der Organismus, der seine Weiterentwicklung schafft, gleichzeitig der Empfänger ist, also der Mensch selber zum Beispiel oder das Tier oder die Pflanze. Heute haben wir uns ja zwei andere Begriffe vorgenommen, die wir in Bezug auf künstliche Intelligenz mal diskutieren, beleuchten wollen. Und das wären die Begriffe Mimese und Mimikri. Ich glaube, das passt sehr gut. Man hat schon immer leichte Vorstellungen, wie das so miteinander zusammenhängen könnte. Aber was fällt dir dazu ein? Ich glaube, wir sollten das erstmal definieren, dass das für uns beide klar ist und auch für die Zuhörenden. Also Mimese ist für mich so eine Art Tarnung. Es kommt ja aus dem Tierreich. Das heißt, ich blende so mit meiner Umgebung ein. Also ich bin dann ein Insekt, das sieht aus wie ein Blatt. Das wäre Mimese. Mimikri, wie würdest du das definieren? Also bei Mimese würde ich noch ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, der gesamte Entwicklungsprozess eines Wesens, ob schlanzlicher oder fleischlicher Natur, wird durch dieses Dogma der Mimese gekennzeichnet. Das heißt, man passt sich in seiner Umgebung maximal an, sodass man eventuell nicht entdeckt werden kann. Es hat was mit Selbsterhaltung zu tun und bekannt sind Pflanzen, die aussehen wie Steine. Da würde man so eine Pflanze dann nicht in die Pflanze pflücken wollen, weil man denkt, man hat einen Stein. Bei Mimikri haben wir ein anderes Phänomen. Das ist auch schon, sagen wir mal, ein bisschen komplexer zu sehen. Mimikri können Tiere annehmen, die sich permanent an ihre sich verändernde Umwelt anpassen. Familiens zum Beispiel. Die wandern von einer Pflanze zur nächsten. Die eine Pflanze ist grün, die andere ist braun. Und sobald sie bei der braunen Pflanze sind, wird ihr Erscheinungsbild bräunig, damit sie möglichst wenig wahrgenommen werden. Aber interessant ist auch z.B. Fliegen, die sich als Hornisse tarnen. Da hat jemand Angst vor dieser Fliege. Sie hat also da eventuell bessere Chancen, dann zu überlegen, als wenn sie als normale Stobenfliege Angst vor der Fliegenklatsche haben muss oder vor anderen Tieren. Und damit haben wir so zwei Varianten oder zwei Spielweisen der gleichen Art. Die eine ist, die gesamte Entwicklung ist darauf ausgelegt, sich innerhalb einer Umgebung möglichst gut anzupassen und zu tarnen. Das andere hat ein mobiles Element. Dieses Element der Mimikrie ist dazu da, relativ schnell sich an Umgebung anpassen zu können durch die Möglichkeiten, durch die Funktion, die der Organismus zur Verfügung gestellt bekommt. Und dient auf der einen Seite dem Selbsterhaltungstrieb, dass man seine armen Gegner täuschen kann. Auf der anderen Seite aber auch dazu, um sich zu ernähren. Wenn du so an fleischfressende Pflanzen denkst, die sich so tarnen können, dass sie für Insekten besonders attraktiv aussehen, weil die denken, na, da bekomme ich Nektar. Aber in Wirklichkeit ist das so das Ende. Das sind meiner Ansicht nach die beiden Aspekte. Das eine ist von Anfang an, das andere ist mehr situativ. Als du mir diesen Vorschlag gemacht hast, sind mir mehrere Referenzen aufgepoppt, die ich sehe zur Bildgenerierung. Also Mimese sehe ich ganz klar beim Nachbearbeiten von Bildern mit. Das, was man Inpainting oder Outpainting nennt. Das heißt, ich radiere einen bestimmten Teil des Bildes aus und lasse dann dort was Neues eingenerieren. Und die KI analysiert das Bild so, dass gemäß meinem Prompt dort ein neuer Bildinhalt erscheint. Aber er ist halt wirklich nahtlos mit dem restlichen Bild verbunden. Das heißt, man würde gar nicht mehr sehen, dass da was wegradiert wurde und was anderes hineingesetzt wurde. Und das hat für mich schon so einen mimetischen Charakter. Das dieses Imitieren, also Analysieren und Imitieren von Strukturen, das kann die KI sehr gut. Das ist auch ihre Stärke. Das macht sie auch in einer weiteren Bearbeitungsmöglichkeit und die werden seit Anfang dieses Jahres immer mehr. Also vor einem Jahr war es ja so, dass man zwei Hauptwege hatte. Ich kann jetzt Bilder generieren mit Textpromts oder ich verwende Bildmaterial, um das zusammenzubacken oder als Referenz zu benutzen. Und die Verwendung von Bilder als Referenz, das ist weiterhin ausgebaut worden. Da scheinen alle darauf hin zu fokussieren. Also ich kann heute auf Plattformen wie Simdifusion mit Journey oder auch Firefly Bilder hochladen als Referenz für eine bestimmte Ästhetik oder für eine Bildkomposition oder auch einfach nur, um eine bestimmte Person zu generieren. Ich kann mittlerweile aber auch diese Bilder nehmen, um eine Lichtsituation zu kopieren. Das heißt, man hat hier eine Abkürzung. Die Leute müssen sich nicht mehr mit Textprompten rumschlagen. Sie nehmen einfach ein Bild als Referenz und legen das über ein anderes Bild, was sie auch hochladen drüber. Und das ist dann für mich schon so, als hätte ich jetzt die Fliege, die sich als Hornisse ausgibt. Ja, das passt sehr gut auch zu meiner Gedankenwelt. Dieser Bezug Mimese und dann das, was die KI einem ermöglicht, in Bildern zu machen, lässt aber wiederum zwei Gedankengänge zu. Das eine ist, dass ich denke, da kann man jetzt unheimlich tolle Bilder erstellen. Das andere, was ich denke, ist, ist das auch eine Art Mimikry wieder, wo ich jemanden täusche. Und das ist genau jetzt diese Diskussion, die wir ja auch beim Deutschen Fotorat gesehen haben, wo halt eine große Gefahr darin gesehen wird, aufgrund der Vielfalt der verschiedensten Medien, die von Konsumenten benutzt werden, dann eine große Gefahr darin auch liegt, dass Menschen gerade durch diese einfachen Möglichkeiten getäuscht werden können. Das ist, denke ich mal, einer der Effekte im Tierreich klappt die Mimese perfekt, um eine ganz bestimmte Spezies das Überleben zu sichern. Aber es gibt im Tierreich eigentlich niemanden, der versucht, um eigene Vorteile zu generieren oder um andere Spezies so zu täuschen, dass man in dem Konkurrenzkampf, der zwangsläufig in der Evolution stattfindet, automatisch die Oberhand gewinnt. Das ist auf einem ganz anderen Niveau möglich, jetzt mit der KI in Kombination mit den sozialen Medien und den Printmedien. Und was ich aus dem Vortrag von dem Dr. Skriber noch mit ausgehört habe, dass er so etwas wünscht, die Selbstkontrolle. Dass Medien sagen, das, was ich jetzt hier veröffentliche, ist wirklich authentisch. Das haben wir überprüft. Und das hat mich so erinnert an die großen Konzerne wie die DAX-Konzerne, die auf einmal sehr viel Investition benötigen, um Corporate Governance-Strukturen zu errichten. Und auch wenn das sich jetzt vielleicht etwas exotisch anhört, aber diese Corporate Governance-Strukturen, die dazu führen, dass alles transparent ist, was so ein Großunternehmen hat, die braucht man doch dann eigentlich auch in Medienanstalten. Dass dort eine Corporate Governance dafür Sorge trägt, dass das, was dort veröffentlicht wird, und ich erinnere so an die Bilder, die er auch in seinem Vortrag gemacht hat aus dem Gaza-Streifen, die man bei Adobe einfach mit den Begriffen Gaza und Kämpfer bekommt. Bei Adobe ist das ja schon mal schön vermerkt, da steht dann KI daneben. Aber was dann hinterher aus dem Bild passiert, ob man das dann wirklich weiter mit dem Attribut KI weiterverwendet, das ist ja ungeregelt. Da kann ich ja sagen, das Bild nehme ich jetzt. Ich stelle es ja auf meinen Blog. Ich sage mal nicht, dass das eine KI generierte mimetische Aktion gewesen ist, sondern so sieht das aus in Gaza-Streifen. Das kann ich für jede Partei machen, für alles, was ich durchsetzen möchte. Und meine Vorstellung ist eigentlich, dass diese große Welle, die die großen DAX-Konzerne, aber auch die kleineren Konzerne vor 20 Jahren erlebt haben, als so die ersten Geldverschwendereien oder Betrügereien offensichtlich wurden, dass wir die eine Welle doch eigentlich brauchen, bei allen, die Medien produzieren und von dem profitieren, was du machst, zum Beispiel. Die nehmen ein Bild von dir und dann bauen die noch was da rein. Das ist, ich bin kein Jurist, aber so wie ich die Rechtsprechung verfolge, kann ich mir einfach ein Bild von dir nehmen und wenn es KI generiert ist, gibt es kein Kopierhalt. Vielleicht gehen wir auf diese Frage nacheinander ein, weil du hast ja schon drei große Sachen angesprochen. Das eine ist diese absichtliche Täuschung, worin besteht die? Das andere ist, wie können die Medien damit umgehen? Oder wie kann eine Gesellschaft das verhindern oder kleiner machen? Und Copyright ist dann ein drittes große Problem. Also die Täuschung besteht für mich darin, dass nicht transparent gemacht wird, dass dieses Bild generiert ist. Und dann wird dieses Bild immer als vermeintliche Authentizität benutzt, um irgendeine politische Ausrichtung, finanzielle Absichten zu untermauern und als Beweismittel zu dienen, so wie man früher die Fotografie immer als Beweismittel für Authentizität benutzt hat. Das kann man jetzt alles faken. Und das ist auch gar nicht mehr so leicht herauszufinden. Das ist ein großes Problem. Wie geht man damit um in der Demokratie? Da haben wir noch keine Antworten drauf. Demokratie braucht die freie Presse und den Bildjournalismus, damit wir uns erstmal auf Fakten einigen, über die wir dann divers diskutieren können. Und wenn wir nichts mehr haben, was uns eine bestimmte Faktenlage garantiert, dann haben wir alternative Realitäten nur noch. Und was das für eine Demokratie bedeutet, weiß ich nicht. Es gibt aber schon Versuche, das irgendwo einzudämmen und zu regeln. Wir haben ja den AI-Act, der fordert ja auch eine Transparenz ein. Dieses Gesetz ist beschlossen. Der nächste Schritt, damit das umgesetzt werden kann, war die Etablierung eines AI-Office in Brüssel. Das sollte demnächst auch abgeschlossen werden. Also wenn ich mich richtig erinnere, sollten die Juli, wir nehmen hier Juli auf, ihre Arbeit beginnen. Und dieses AI-Office in Brüssel hat dann die Aufgabe, die Details auszuarbeiten. Also wie wird diese Transparenz eigentlich umgesetzt? Gleichzeitig haben wir im Deutschen Fotorat diese Dinge auch diskutiert. Und Jürgen Skriber ist ja der Leiter der Arbeitsgruppe. Die heißt Technischer Fortschritt. Und für alle, die sich dafür interessieren, empfehle ich auch die Wochenrückschau, die Jürgen Skriber auf der Seite des Deutschen Fotorates in einem Blog postet. Da gibt es jede Woche dann auch eine Übersicht, was ist jetzt diese Woche passiert an technischer Entwicklung, die relevant ist für Bilderschaffende. Und wir haben es geschafft, in einem internen Call fast 30 Bildredaktionen in Deutschland zusammenzubringen, von der Presse bis zu der Werbung. Das war ein erstes Kennenlernen, ein Miteinanderreden, was von allen sehr positiv aufgenommen wurde. Und ich glaube, daraus wird noch einiges resultieren. Also mein Wunsch wäre dann auch, diese Synergien zu nutzen, um gemeinsam Lösungsvorschläge zu erarbeiten, wie Bilder ausgezeichnet werden, wie die Herkunft von Bildern ausgezeichnet wird, wie man mit Authentizität versus generiert umgeht und dann gemeinsam ein System zu erarbeiten, was dann vielleicht auch national umgesetzt werden kann. Also das ist quasi eine Privatinitiative in der Freizeit von allen, die in der Arbeitsgruppe, technischere Fortschritte im Deutschen Fotorat sind. Da wird es dann wahrscheinlich im Herbst Neues geben, Obernovemder. Also da passiert sehr viel. Wir sehen ja auch in den letzten zwei Jahren, dass man von verschiedener Seite versucht, diese Authentizität irgendwie noch zu retten. Weil alles, was wir an Informationen kriegen, ist auf einem Bildschirm. Alles, was wir auf Bildschirm sehen, kann fake sein. Das heißt, wir haben jetzt von der Kameraindustrie oder auch von der Industrie mit Adobe, Google und anderen diese C2PA-Initiative, wo man versucht, in dem Dateiformat zu verankern, wie dieses hergestellt wurde. Das Problem ist natürlich, dass ich mit einem Screenshot das alles hinter mir lassen kann. Und da versuchen viele zu gucken, was ist das optimale Wasserzeichen. Ist das vielleicht ein versteckter Code im Bild, der beim Kopieren nicht verschwendet, den man dann immer noch auslesen kann? Ich hatte vor sechs Wochen, war ich bei einer Konferenz in Kanada und habe mich da auf offener Bühne gestritten mit einem Vertreter der Presse und einem Vertreter von TikTok, der dann im Vorgespräch gesagt hat, wir von TikTok sind die Ersten, die eine Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten als Social-Media-Plattform einführen. Und das ist meine Botschaft. Und off the records, ja, natürlich funktioniert es nicht und ist schwierig und ist löchrig. Und du hast es schon gesagt, wenn man über Desinformation redet, ist Social-Media mindestens die Hälfte des Problems. Ich habe 20 Jahre lang im digitalen Marketing mit Social-Media gearbeitet und Social-Media bietet so viele Manipulationsmöglichkeiten durch das gezielte Targeting. Ich glaube, als Demokratien kommen wir nicht um auch hin, die Social-Media-Betreiber dazu zu zwingen, ihr Geschäftsmodell zu verändern. Zu sagen, es tut mir leid, ihr könnt jetzt nicht mehr eure Einnahmen über Werbung nehmen, weil das destabilisiert unsere Demokratie. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, zu einem Abonnement zu gehen. Wenn wir das entschärfen würden, dann wäre ein Großteil des Desinformation-Problems gelöst. Und das geht. Ich war sehr überrascht, dass ich dann in Kanada Facebook nur eingeschränkt benutzen konnte. Ich wollte einen Artikel aus einer französischen Bezittung teilen und dann hat mir Facebook eine Einblendung gemacht und gesagt, es tut mir leid, aufgrund der Gesetzgebung geht das nicht. Und ich habe da mal recherchiert und ich habe gemerkt, es gibt einen Streit zwischen der kanadischen Regierung und Facebook. Die kanadische Regierung möchte ein System, wo diejenigen, die Inhalte auch online erstellen, von der Monetarisierung etwas abbekommen. Und Facebook ist das zu komplex. Und dann haben sie sich entschieden, dass man eben keine Inhalte mehr teilen kann. Das heißt, es geht, das ist machbar, das ist umsetzbar. Und das haben die meisten eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm, dass man die auch anpacken muss. Du hast den Begriff Authentizität gebraucht. Vielleicht lohnt es sich darauf, noch mal ein paar weitere Gedanken zu verwenden. Da haben wir ja zwei Aspekte. Einmal ist das Bild, was du erstellst, und ich folge mal der Definition von Dr. Skrieber, die ich sowieso schon seit sehr vielen Jahren anwende, dass ich zwischen Foto und Bild unterscheide. Er unterscheidet zwischen Fotografie und KI-Bild. Ich unterscheide generell zwischen Fotografie und Bild. Auch mal vielleicht jetzt nicht auszuführen und das zu definieren. Aber wenn du ein Bild machst mit der Promptographie, dann hast du erst mal ja, oder anders angefangen, du musst ja erst mal kennzeichnen, dass es auch wirklich dein Bild ist, was du jetzt, mit dem du was machst. Das ist jetzt fertig und du schickst das an einen Verlag, du schickst das zu einem Preisausschreiben, du machst irgendwas damit. Jetzt muss man ja erst mal die Authentizität von dem Bild nachprüfen können. Und das Zweite ist, man muss auch nachprüfen können, dass es nicht auf dem Weg so irgendwo hin verändert wurde. Und ein ganz einfaches Verfahren wäre ja, oder noch mal eine Runde zurück, das Problem besteht ja schon in dem Namen. Du bezeichnest das Bild mit einem Namen und dann ist es vielleicht in einem bestimmten Format, als JPEG oder als OR-Format, als TIF-Format. Aber der Name vorne, das ist das, was du dir ausgedacht hast und dir ist sofort veränderbar. Das heißt, das Bild, wenn du mir ein schickst und ich sage auch, was sich Boris da ausgedacht hat, gefällt mir nicht so ganz, ich nenne das mal um, dann ist das mal immer noch dein Bild, aber ich habe es umbenannt. Und könnte jetzt auch auf die Idee kommen und sagen, ach, das habe ich jetzt so schön umbenannt. Das wird der Boris schon gar nicht merken, wenn ich das jetzt weiterleite mit einem ganz neuen Namen. Das ist ja das erste Problem. Wie kriegen wir das hin, dass der Name des Bildes eine eindeutige Relation zum Inhalt hat? Es ist das erste Authentizitätsproblem, was wir lösen müssen. Und da gibt es Möglichkeiten. Wenn ich den Namen nicht mehr frei wählen kann, sondern der Name sich aus dem Inhalt des Bildes ergibt, dann ist da eine eindeutige Relation. Und der Inhalt des Bildes in dem Augenblick, wo wir was Digitales haben, ist relativ einfach herzustellen. Weil ich nenne das Bild einfach in der Reihenfolge der Bits und Bytes, aus dem es besteht. Dann hat ein Bild 5 Millionen Einsen und Nullen und das ist der Name und das ist eindeutig. Wenn sich nur ein einziger Eins in eine Null verwandelt, ist es nicht mehr dein Bild. Jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, das ist nicht praktikabel. Das sind Bilder mit 5 Millionen oder 6 Millionen oder 5, 40 Millionen, so viele Pixel, wie es dort an Auflösungsmöglichkeiten gibt, gekennzeichnet. Aber da hilft uns die Kryptografie. Die Kryptografie kann eine eindeutige Relation über sogenannte Merkel-Trees herbeiführen. Und diese Merkel-Trees führen dann dazu, dass das Bild selber mit einem 8-Bit, 16-Bit, 64-Bit lang eindeutigen Namen gekennzeichnet werden kann. Der ist dann auch nicht schön. Der heißt dann auch im Hexcode geschrieben, dann sind es dann A's und B's und Einsen und Fünfen und Siebenen. Aber das ist eindeutig. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Es ist nicht nur eindeutig das, was du visuell wahrnimmst, sondern auch die Metadaten, die in diesem Bild drin sind. Also wenn du ein DNG-Format hast, hast du ja die Metadaten mit in den digitalen Körper mit drin. Die sind genauso eindeutig. Wer dann jetzt in den Metadaten drinsteht, das ist ein KI-Bild. Und einer würde sagen, nein, das ist ein Bild, was analog ist in den IPTC-Daten. Würde das versuchen zu ändern, wird sich sofort der Name ändern. Damit hätten wir schon, wenn wir so ein Verfahren praktizieren, und das ist mittlerweile state of the art, das geht für andere Themen. Aber wenn wir so etwas hier versuchen würden, hätten wir das erste Authentizitätsproblem schon gelöst. Müsste man sich überlegen, wie man das in die Praxis bringt, damit davon auch jemand profitieren kann, der nicht wirklich mit Bit und Byte groß geworden ist, sondern einfach nur die Authentizität schätzen will. Und wir haben noch den zweiten Punkt schon fast mitgelöst, nämlich in dem Prozessschritt von Boris L. Sachsen zu einem Wettbewerb. Da schicke ich ja was hin. Und ich will auch, dass das keiner verändert. Und dass dieses Bild auch niemals mehr verändert wird. Das möchte ich auch noch mal irgendwo festlegen. Und wenn man da noch diesen Schritt weitergeht, kann man sagen, gut, dann werde ich diesen sich ergebenden Hexwert für die Bezeichnung meines Bildes, den möchte ich noch entweder bei der Bank in einen Tresor niederlegen, das immer für alle Zeit klar ist, das ist mein Bild, auch noch in zehn Jahren. Und ich kann es immer wieder reproduzieren anhand von den Merkel-Trees, die initiiert werden durch diese Am-Hex-Folge. Und eine ganz einfache Möglichkeit ist natürlich, so etwas in eine Blockchain einzutragen. Da ist es dann für alle Zeit drin. Und da kann sich dann gar nichts mehr verändern. Dann hast du zwei Sachen. Einmal hast du das Zertifikat aus einer Blockchain und du hast dein Bild mit dem Namen. Und wenn beides zusammenkommt, weißt du, das ist authentisch. So, das wäre eine Möglichkeit, an dem Thema Authentizität technisch zu arbeiten. Inwieweit man das so praktikabel alles machen kann. Wir haben ja von Chat-GPT gehört, dass ich gerne im Theoretischen unterwegs bin. Also theoretisch klappt das. Vielleicht hast du das aber auch nicht so ganz richtig gesehen. Vielleicht bin ich doch wieder praktisch unterwegs. Ich finde das mal spannend. Also die Umsetzung mit den Namen. Und hatte ich es noch nicht auf dem Schirm. Hast du dir mal genauer angeguckt, was jetzt auch die verschiedenen Unternehmen mit Wasserzeichen versuchen oder auch die C2PA-Initiative? Ja, das kenne ich alles. Also auch bei Leica und bei Nikon. Da hast du bestimmte Standards, die eingebaut werden. Danach kannst du dann wieder überprüfen, ob das auch dein Bild ist. Aber das sind immer nur Punkte, die eingebracht werden in ein Bild. Ich finde, der Gedankengang, den ich gerade mal ein bisschen hastig zugegeben habe, mal die Runde geworfen habe, der ist viel eleganter, weil da musst du überhaupt nicht irgendeine Softwarelösung finden, wie das Sony zum Beispiel macht. Sony versucht dort, das mit einer Softwarelösung eine gewisse Eindeutigkeit hinzubekommen. Leica macht das meiner Ansicht nach eine Spur intelligenter, weil die gleichen Krypto-Chip mit einbauen, so ähnlich wie in den Laptops und in den modernen PCs, weil die nur noch dann funktionieren mit Windows, wenn dort auch ein Krypto-Chip mit eingebaut ist. Möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, das ist vielleicht für unsere Zuhörer jetzt nicht ganz so spannend. Aber es gibt verschiedene Verfahren, wie man so etwas intelligent gestalten kann und eindeutig gestalten kann und kaum austauschbar gestalten kann. Bei Softwarevarianten bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ich habe zu lange selber Software entwickelt, um daran zu glauben, dass eine Software entwickelt werden kann, die kein anderer dann kompromittieren kann. Also da möchte ich niemandem Angst machen, aber ich denke mal, da sollte man einfach nicht naiv sein. Aber wenn man mathematisch Verfahren, wie eben, ich bringe das nochmal als Begriff in die Runde, damit jemand dann googeln kann, wenn er Lust hat, diese Merkel-Trees, das ist ein eindeutiges Verfahren, das lässt sich nicht korrumpieren. Und wenn man danach eine eindeutige Identifizierung macht von den Kunstwerken, die man geschaffen hat, digital ist einfach, hülsische Kunstwerke ist schon wieder eine Spur komplizierter, dann ist man einen ganzen Schritt weiter, was Authentizität angeht. Und dann muss man jetzt nur noch an einem ganz besonderen Problem arbeiten, nämlich an dem Problem, naja, wenn Leute einfach lügen. Und du kannst also so ein Bild, wenn das dann, wenn das zwei wahrhaftige Gesprächspartner austauschen, dann haben beide die volle Kontrolle. Wenn ich das in die sozialen Medien einspeise und keiner macht sich die Mühe, zu sagen, ach, ist das überhaupt authentisch oder nicht, dann nutzen diese Verfahren auch nicht. Und das Problem können wir so noch nicht lösen. Wir können das erste Problem lösen. Die folgenden wird schwieriger. Also ich bin ja erstmal fasziniert davon, dass in den letzten gut eineinhalb Jahren, seitdem ich auch mich um die technischen Aspekte kümmere, immer wieder neue Lösungsvorschläge aus der Technik kommen für bestimmte Probleme. Es gibt jetzt ja auch eine ganze Bandbreite von Lösungsvorschlägen, wie man seine eigenen Daten auf der Webpage davor schützen kann, damit sie nicht Trainingsmaterial werden. Nichts davon ist perfekt, aber es wird immer weiter daran gearbeitet. Und das Grundproblem, was wir in der Zukunft haben werden, ist ja wirklich, was können wir noch vertrauen? Und am Ende sind das dann Beziehungen, Beziehungen, die man hat zu einer bestimmten Zeitung, zu einem bestimmten Medium, wo man sagt, ich vertraue dem noch oder nicht. Und auch die Bildredakteure müssen ja auch den Agenturen vertrauen, mit denen sie arbeiten. Die Agenturen müssen den Fotografinnen vertrauen, mit denen man arbeitet. Und das ist eine ganze Kette, die sich ja auch oft über Jahre entwickelt, die Beziehungen aufbauen. Und wenn dann dort jemand wirklich bewusst lügt, dann ist er erst mal diesen Job los. Dann wird das dann auch vorbei sein. Also das ist die Kontrolle, die es gibt. Die persönlichen Beziehungen zwischen Fotografinnen, Agenturen und Bildredaktionen. Das Problem ist aber, wie wird das vermittelt an die Konsumentinnen von Medien? Und wie schafft man es, damit die nicht das Vertrauen in authentische Bilder verlieren? Und da habe ich noch keine Antwort dazu, weil ja der zunehmende Populismus ja auch teilweise den Zweifel an einer Authentizität von Medien mit anheizt, diesen ja auch ausnutzt, und der in den letzten Jahrzehnten ja auch immer mehr geworden ist. Das ist eine große gesellschaftliche Herausforderung. Hast du da für einen Lösungsvorschlag? Ich denke, wir stehen bei dieser Fragestellung vor dem Problem, dass wir zu viele sind, die wir nicht mehr kontrollieren können. Menschen sind in der Lage, in so Gruppen, das kommt so aus unseren Archetypen heraus, von 150 Personen zu agieren. Da kann ich noch mehr den Namen merken. Ich kann mir bestimmte Eigenschaften merken. So dörfliche Strukturen sind ideal. Da ist einer Schmied, da ist einer, der kennt sich mit Elektrik aus, da ist einer, der kann vielleicht ganz andere Sachen. Das habe ich alles unter Kontrolle. Und wenn mir jetzt einer von denen ein Foto zeigt, was er gemacht hat, mit seiner Kamera, und ich habe ihm das ganze Leben schon gesehen, wie er fotografiert, dann vertraue ich denen. Da ist eine Vertrauensbahn in so einer kleinen Gruppe. 150 Leute, das geht ganz gut. Wenn die jetzt schon größer wird und auf ein Stadtniveau geht, und da kommt dann jemand her, der zeigt mir ein ganz tolles Foto, dann habe ich jetzt erst mal schon mal Zweifel. Ist dieses Foto, was er mir da gedruckt zeigt, ist dieses Foto, hat da eine Mimese vielleicht schon stattgefunden? Ich sage meinen Studenten immer, wenn ihr Zweifel habt, ob etwas stimmt oder nicht stimmt, von YouTube, TikTok oder woher diese ganzen Informationen kommen, kauft euch ein Buch mit einer ISBN-Nummer. Und das kann auch ruhig ein älteres Buch sein. Und schaut da mal rein, dass da ein Bild da reingebaut worden ist von Dokumentarfotografen, oder ein Bildband, was aus früheren Zeiten kommt. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Buch und die Inhalte authentisch sind. Ob sie richtig sind oder nicht richtig sind, war erst mal dahingesagt. Aber die Authentizität ist relativ hoch. Die Authentizität heute ist in kleinen Gruppen relativ hoch, wo ich vis-à-vis Beziehungen habe. Wenn du mir ein Bild schickst und sagst, guck mal hier, was ich heute gemacht habe, dann denke ich gar nicht lange darüber nach, ist das jetzt von ihm oder ist das authentisch? Dann weiß ich, das stimmt. Wir haben eine Beziehung. Wobei es aber auch so ist, wenn diese Gruppe thematisch ist und es sind bestimmte politische Ausrichtungen, die sich in Facebook-Gruppen treffen, und dann geht es, glaube ich, mehr darum, die eigene politische Einstellung bestätigt zu bekommen. Dann fragt keiner mehr, woher das Bild kommt und ob das jetzt echt ist, was ich da sehe. Ja, das ist wahr. Man öffnet den Blick in die Richtung, wo man Bestätigung erfährt. Und das ist, was man sucht. Und dem sich entgegenzustellen, ist schwierig, wenn man bei diesen Wahlmöglichkeiten, die man hat, ich finde auch immer eine Gruppe. Zum Beispiel diese ganzen Lithium-Diskussionen, die man in der Elektromobilität hat. Ich will jetzt nicht ablenken, aber da findest du genügend Gruppen, die dem größten Schwachsinn erzählen. Und wenn es deine Motivation ist, an dieser Stelle etwas aufzubauen, dann kannst du dir das auch anhören und kannst das auch in deinen Diskussionen mit aufnehmen. Das wirkt dann auch immer sehr fundiert. Du findest aber auch die anderen Gruppen dann dazu. Ich habe auch im Freundeskreis auch schon sehr seltsame Entwicklungen festgestellt, wo Menschen dann aus Gründen heraus, die ich jetzt kaum nachvollziehen kann, sich mit den seltsamsten Geschichten garniert haben, die schon auf den ersten Blick nicht plausibel waren. Und da eine allgemeine Lösung zu finden, das wird schwierig. Aber es gibt zwei Sachen, von denen ich denke, dass die hilfreich sein könnten, um nochmal auf den einen Aspekt zurückzukommen. Medienhäuser müssen starke Corporate Governance-Strukturen etablieren, damit da nicht der Medienredakteur sagt, naja, das Bild ist jetzt wirklich so klasse, da frage ich mal nicht genau nach, da kriege ich morgen mehr Klicks. So, und um solche Möglichkeiten zu unterbinden oder dort dann auch zu regulieren, glaube ich, dass Corporate Governance gerade für Medienhäuser sehr, sehr sinnvoll sind. Und das hat ja dann auch einen angenehmen Nebeneffekt. Weil wenn ich weiß, da ist ein Medienhaus, das genau solchen Spielregeln folgt, ja, da wende ich mich doch als Informationsquiller gerne zu diesem Medienhaus und nicht zu einem anderen, was noch schöne Bilder produziert. Und da gibt es ja immer noch, wobei, da habe ich noch keine Meinung zu, aber die Entwicklung oder sagen wir mal, wie war das gewesen? Ich glaube, die analoge Fotografie soll zum UNESCO-Welterbe werden. Also, analoge Fotografie hat ja schon Vorteile. Also, an dieser Stelle. Wenn ich ein Negativ habe, kann es natürlich auffälschen, aber... Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt eingehen, im Unterschied zwischen Fotografie und generierten Bildern. Als ich fotografiert habe, bin ich ja nachts, auch jetzt um diese Jahreszeit, immer nach Berlin raus rund um die Museumsinsel und habe mich überraschen lassen von dem, was passiert und habe dann darauf reagiert und damit gearbeitet. Das heißt, ich habe dann wirklich ein Erlebnis und das fehlt mir total. Das ist etwas, was man im Fotografieren nicht unterschätzen sollte. Man ist irgendwo präsent, draußen in der Welt, wenn man nicht im Studio arbeitet und dann muss man sich mit der Welt vor der Linse irgendwie auseinandersetzen und ist dann dort. Und mein Bild kann ich überall generieren. Da reicht mir ein Smartphone, kann ich im Bett liegen oder im dunklen Keller sitzen. Ich brauche halt Internet und Strom. Ja, dieses war, dir entgeht dann nur der Prozess, denn der Schaffensprozess einer guten fotografischen Aufnahme. Weil ich erinnere mich manchmal noch nicht mal so sehr an die Aufnahme selber, sondern mehr daran, wie ich in den Potaner Palast in Tibet gegangen bin, um dort zu fotografieren. Oder wie ich die erste Reise mit per Rucksack durch China gemacht habe, um auf den Roten Platz, wo ein Jahr später dann das Massaker an den Studenten stattfand, die ersten Aufnahmen zu machen. Oder wie ich vom Peak bei Hongkong die wunderbare Bucht fotografiert habe. Die Bilder selber müsste ich jetzt, ich habe die noch gar nicht mehr so präsent, aber dieser ganze Schaffensakt, der ist mir noch sehr wahrhaftig. Und ich glaube, das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte, wenn man selber Fotograf ist. Auch wenn man immer konzentriert ist auf das Endergebnis, das Produkt. Und viele, für die das eben Brot- und Butter-Tätigkeiten sind, ist das natürlich auch die große Fragestellung. Aber dieser Akt, wie die ganze Organisation und dann auch die Spannung, stimmt jetzt die Lichtstellung, kommt jetzt noch ein Wolkenbruch, kommt einer daher und wirft mal ein Stativ um. Das ist ja alles, was dieses gesamte Bild ausmacht und wo man dann das kleine Ergebnis dann hinterher von sieht. Also ich differenziere immer Motivation und Prozess im Unterschied zum Ergebnis. Und ich finde es schade, wenn Leute einfach vom Ergebnis her argumentieren und sagen, es sieht ja aus wie Fotografie, warum nenne ich es nicht so? Fotografie braucht etwas in der Welt, was Licht in die Linse reflektiert. Und da bin ich meistens draußen in der Welt und habe auch irgendein Erlebnis. Und meine Motivation ist ja auch oft, einen besonderen Moment einzufaden. Oder ja, in einer bestimmten Menschengruppe, einem bestimmten Problem, Aufmerksamkeit, eine Stimme zu schaffen. Und das ist in KI ja völlig wurscht. Die Orte, die ich generiere, die Menschen, die ich generiere, die gibt es so nicht. Auch wenn das jetzt aussieht wie der Eiffelturm oder das Taj Mahal, wenn ich dann reinzoome, werde ich sehen, die Struktur der Wand, die ganze Gebäude ist ein anderes. Und da muss man sich wirklich überlegen, ist es mir wichtig, diese Authentizität in meinen Bildern drin zu haben oder sind das nur Symbolbilder? Also ich habe ja sowieso in meiner Arbeit immer transformiert, was vor der Kamera ist. Das war für mich immer ein Aufwand, das Dokumentarische rauszukriegen und was Zeitloses drin zu haben. Und die Arbeiten, die ich jetzt generiere, die sind auch oft so, dass das, was man sieht, so absurd ist, dass man genau weiß, es ist jetzt kein Foto, weil das gibt es so nicht. Mehrheitlich ist das in meinen Bildern so drin, dass eine Verwechslung schon gar nicht beabsichtigt ist. Es gibt aber Arbeiten, die spielen damit. Und da komme ich jetzt gerade aus Aal von dem Fotofestival. Da gab es eine Arbeit, die Future Farmers, Teil des Festivals. Das war dann eine fiktive Situation, wie man in den 60er Jahren versucht hat, die Produktion, Anbau von Gemüse zu verändern. Es gab dazu dann auch immer eine Bezeichnung mit Jahreszahl der Bilder. Es gab Broschüren aus den 50er, 60ern in dem Design, in einer Vitrine, die dann auch schon einen used-look hatten. Und alles war KI generiert. Hat man sich in KI ein bisschen ausgekannt, dann hat man so ein paar Hinweise darauf gesehen. Wenn man es aber nicht geschafft hat, den Einleiter einen Text bis zu Ende zu lesen, dann weiß man nicht, dass die generiert sind. Und das Festival in Aal hat ein Interview mit dem Künstler auf der ersten Seite ganz oben ein Video, in der er das auch nicht auflöst, in der er es auch lustig findet, da Witze drüber zu machen und zu sagen, ja, und es wird immer absurder, die Bilder, ob die jetzt echt sind oder nicht. Davon könnt ihr euch überzeugen, wenn ihr dann selber nach Aal kommt. Und da fühle ich mich als Besucher einfach dich gar nicht ernst genommen und verruhende People. und das Problem, was ich dieses Jahr hatte in Aal ist, letztes Jahr haben sie völlig verschlafen. Es gab eine Tagung, die war richtig schlecht mit Experten, die bis auf Fredrician nicht gut besetzt waren. Dieses Jahr gibt es jetzt auf einmal drei bis vier Arbeiten im Hauptprogramm der Rollkontor, die generiert sind und darüber wird gar nicht groß geredet. Man müsste eigentlich als Festival diesen Elephant in the Room thematisieren. Man müsste eine große Ausstellung dazu machen und zu sagen, was kann nur die Fotografie, was ist die Stärke der Fotografie, gibt es etwas, was KI besser kann, wie ist das Verhältnis der beiden zueinander, um das wirklich zu thematisieren und daraus dann eine ganze Reihe von Vorträgen zu machen. Stattdessen gab es einen Artist Talk, wo auch nicht viel geredet wurde, wo ich dann im Publikum gefragt habe, also bin nur ich das, störe ich mich nur dran oder stören sich auch die anderen dran, dass das Festival keine Haltung dazu hat. Keine Haltung zur Zukunft des Festivals, zum zukünftigen Verhältnis zwischen Fotografie und KI und dadurch, dass es hintenrum so aufbaut im Hauptprogramm wird ja unausgesprochen einfach auch vermittelt, ist ja egal, sieht ja genauso aus, warum sollen wir das nicht zeigen und das halte ich einfach für unprofessionell und schlampig gearbeitet. Ich habe mittlerweile auch ein Interview mit dem Leiter gelesen, Christoph Wiesner, der sieht das eher mit Augenzwinkern, dass diese Arbeit schon so über den Top ist und es wäre dann auch eine Schule des Sehens. Ich denke aber, das ist ein Armutszeugnis für das wichtigste Festival der Welt, dass es sich dieses Themas nicht angemessen annimmt. Ja, das sehe ich allerdings auch so, weil das gerade jetzt auch ein ganz falsches Signal ist. Wir haben ja jetzt doch sehr lebhafte Diskussionen und man darf auch die Fotografen, die jetzt so halt auch ihre Geschäftsmodelle in Gefahr sehen, die darf man ja auch nicht vergessen. Da stelle ich mich ja nicht auf die andere Seite hin und mache kleinere Witzchen, ob das KI ist oder nicht, sondern das ignoriert ja völlig die teilweise auch Nöte von dem einen oder anderen Fotograf oder Fotografin dann auch das täglich Brot zu verdienen, die dort den CEO vor der Lagerhalle fotografiert haben und das jetzt nicht mehr nötig haben, weil die entsprechenden Marketingabteilungen können das einfach generieren und die Bilder. Es reicht dann. Die können Köpfe austauschen, das geht ja heute alles und jetzt muss auch nicht mehr der Fotograf an den Strand nach Hawaii fliegen, um da zwei, drei Models zu fotografieren, was da vielleicht früher gemacht hat und dann auch sehr hohe Einkünfte damit erzielt hat. Das fällt dann ja natürlich weg und deswegen, ich denke mal, diese Berufsgruppe, die sich so ihr Einkommen generiert hat, die verdient auch Respekt, die haben gute Arbeit geleistet und vor allen Dingen sollte man das auch entsprechend bei solchen Festivals dann auch in den Vordergrund rücken. Es geht ja für uns eigentlich darum, wie können wir KI sinnvoll in den Prozess einbauen und gleichzeitig vermeiden, dass die Risiken, die wir jetzt ja schon thematisiert haben, überhand nehmen. Das ist ja eigentlich die Diskussion, die wir haben. Und da finde ich dann, ich kenne das Interview jetzt nicht, was du gelesen hast von dem Leiter, da finde ich eine zu saloppe Vorgehensweise nicht angemessen. Wenn du dich so an die erste industrielle Revolution erinnerst, an die Weber-Aufstände, das waren teilweise Hunger-Aufstände. Die Menschen, die sind aufgerstanden gegen die Spinning-Genie, weil sie nichts mehr zu essen hatten, das muss man sich mal vorstellen. Und heute erleben wir ja ähnlichen Wechsel. Und bevor wir wirklich den Nutzen sehen können, den wir beide ja sehen und wahrnehmen, aber der dann auch Nutzen bringt für alle anderen, die jetzt vielleicht dadurch ins Hintertreffen geraten. Und gerade in dieser Phase ist, glaube ich, nicht die Zeit für Witzeleien. Damit tut man der KI keinen Gefallen und auch nicht den traditionellen Fotografen. Das ist richtig. Also ich habe gesehen im letzten Jahr, wie dann auch die Jobs weggebrochen sind, wo mir auch Fotografin gesagt haben, die aus dem Bildjournalismus kommen und dort sowieso nicht genügend verdienen. Das heißt, die müssen ja auch kommerzielle Fotos machen, dass die wegbrechen. Das heißt, in der Zeit wird da auch der Bildjournalismus angegriffen. Es gibt aber auch wieder andere, die haben sich reingearbeitet, die integrieren das in ihr Portfolio, dass sie dann hybride Portraits anbieten. Das heißt, ich fotografiere jetzt die Person, den Hintergrund kann ich mit KI wechseln. Ich könnte ja auch Portraits generieren mit KI. Habe ich auch schon gemacht, dass man dann hinterher die Gesichter über den Face Swap austauscht. Und ich kenne eine ganze Handvoll Fotografen, die auch bei mir in Workshops waren, die bieten jetzt beides an auf ihr Portfolio. Die sind dann Fotograf Slash Portograf und ich sehe dann immer, was sie so posten. Heute habe ich gesehen von jemandem, der hatte dann eine Werbung umgesetzt, die wurde jetzt groß plakatiert am Bahnhof in Köln. Das passiert alles schon. Das wird auch weiter gemacht werden. Das ist nicht aufzuhalten. Und das sind so die Entwicklungen, da sollte man dann auch eher diskutieren, damit der eine oder andere auch sehen kann, das funktioniert, das wäre auch was für mich. Und dann müssten Geschäftsmodelle dann transformiert werden in eine neue Welt, wo man auch diese Möglichkeiten dann die KI bietet, dann auch ausnutzt und sich nicht dagegen stellt und wehrt. dafür ist sowieso nicht der Zeitpunkt da. Ich wünsche mir auch bei der Werbung eine entsprechende Auszeichnung, dass man halt auch sieht, dass das alles zusammengeneriert ist. Ich meine, Werbung, Werbefotografie hat schon immer gelogen. Das war, ich war letztes Jahr auf der Photopia im Vortrag, da war dann eine Panel-Diskussion, da waren zwei Werber dabei, da kam aus dem Publikum die Frage, ja braucht die Werbung nicht Authentizität? Dann habe ich laut angefangen zu lachen. Dann habe ich dann der Werber von Jung von Matt quasi umarmt, der war relativ abgebrüht und die gibt es nicht. Dann haben wir im Studium, habe ich einen Werberfotografen mal assistiert, der hat eine Kampagne fotografiert für Bidra Design in Berlin. Da haben sie die Möbel von Beil am Rhein angekarrt, dann hat sie ein Model, das war ein Lehramtsstudent, der Werber Jungen brauchte das Geld, dessen Klamotten haben sie dann aus Boutiquen vom Kudamm und aus Mitte zusammengeliehen. Die Location war ein White Cube Architektur eines Immobilienhais irgendwo am Grunewald. Da hat man alles hingekarrt, aufgebaut, dann haben sich noch zwei Art Direktoren an den Tisch gesetzt zum Model und da wurde da so eine Business Situation gefakt, um damit die Büromöbel von Vitra zu bewerben und hätte ich das gesehen, da war ich dann zu Ende 20, dachte ich mir, guck mal der, der hat es irgendwie geschafft, was habe ich falsch gemacht? Ja, und das waren ja alles nur zusammengesetzte künstliche Welten, von denen ja nichts authentisch war. Das heißt, die Werbung hat es ja schon immer gemacht. Ja, und jetzt haben wir noch mehr Möglichkeiten. Noch mehr, noch schneller, noch billiger, da gibt es unterschiedlichste Diskussionen und ich bin ja auch ab und an in dieser Welt eingeladen als Vortragender und ja, also die Artdirektoren in der Werbung, die machen das schon lange, die macht es Spaß, das wird auch nicht umzudrehen sein und da gibt es einige, die sagen, die sind eine Verantwortung, gesellschaftlich, da auch an der Transparenz mitzuwirken und andere eben nicht. Also ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend, wir unterhalten uns heute über diese Themen. 1983 habe ich den ersten KI-Kongress besucht und hatte da einen eigenen Stand gehabt und habe dort die Diskussion über Ethik und Moral zum weiteren Einsatz von KI geführt. Heute sind wir 40 Jahre nach diesen ersten Ansätzen da, was macht man mit KI eigentlich, wie verlässlich sind diese damals Computerprogramme und heute ist das so schon integriert in verschiedenste Lebensbereiche und auch vielerorts auch in Bereiche, die wir ja gar nicht mehr wahrnehmen. Du bist ja wirklich händisch jetzt dabei, ein Bild zu erzeugen, das ist ja schon Handwerk, aber wenn ich mein iPhone nehme und diese KI werkelt da im Hintergrund drin, das kriege ich ja schon gar nicht mehr mit, da kriege ich auf einmal ein Porträtfoto, der Hintergrund ist unscharf, die KI hat alles rausgerechnet da drin und wie viel passiert da noch, dass ich dann vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren nur noch in mein iPhone oder in ein Google Phone dort reinspreche, jetzt möchte ich aber einen anderen Tag haben und mache mich mal ein bisschen kleiner, mache mich ein bisschen runder, mache mich ein bisschen länger und schwupps wird das alles alleine schon in der Hand passieren. Und diese Welt, die sich da ja im Augenblick schon in ersten Anzügen zeigt, dafür sollten wir uns heute schon überlegen, welche Antworten wir dann dafür haben und finden werden. Die Technik, die geht im Augenblick sehr, sehr schnell voran und meine persönliche Sorge ist, dass wir uns in so ein, naja, in so einer Art Kriegsszenario befinden, wo manche versuchen etwas einzudämmen, was schon längst aus der Dose raus ist. Und anstatt da sich zu konzentrieren auf Lösungen, so wie wir das eben mal kurz eindiskutiert haben, die Benennung, die Authentizitätsbenennung von Produkten über ihre Inhalte und nicht mehr anhand von irgendwelchen Namen, die wir uns überlegt haben, in diese Richtung sehr schnell Maßnahmen und praktikable Methoden zu entwickeln, sodass dann Fotografen, Künstler davon auch profitieren können, ohne dass man da jetzt automatisch Informatik studieren muss. Stimmt. Ich glaube, das ist jetzt schon genau der Zeitpunkt, wo man da ganz schnell das nachlegen muss, bevor die Technik auch noch das alles überschließlich macht. Es treffen hier verschiedene Ängste aufeinander. Auf der einen Seite hast du manche Gruppen, die bangen einfach um ihr Einkommen, dass sie ersetzt werden, wegrationalisiert. dann hast du aber auch Ängste, dass man den Anschluss verliert an dem Goldrausch, nicht teilnimmt. Vor allem in der Politik sehe ich das. Ich war letztes Jahr das visuelle Rahmenprogramm vom Deutschen KI Award, dann kam dann Volker Bissing, der zuständige Minister, FDP, hat eine kurze Rede gehalten, war dann wieder weg und seine Botschaft war, wir brauchen nicht mehr Regulierung, sondern weniger Wettbewerbsfähigkeit. Dann reden alle von der DfAlpha in Deutschland und man möchte von Amerika nicht abhängig sein und dann geht es voran. Also wir haben als Fotorat versucht mit der Politik in Kontakt zu kommen. Das ist ganz schön schwer. Dabei sind wir jetzt im Kulturrat und offiziell ja auch Berater der Regierung. Andere haben dann Angst, dass man irgendwo in der Matrix landet und die Unternehmen haben für sich ja auch schon gesagt, wir wollen die AGI, die Artificial General Intelligence und wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, dass sie schon in den 80ern ungefähr ausgelegt hat, was muss passieren, damit eine KI selbstständig wird. Genau. Du hast ja auch gesagt, übers Internet mit anderen sich verbinden und diese General Intelligence, die soll ja so schlau sein wie wir, intelligent wie wir, das ist ja nicht das letzte Ziel, sondern das Ziel ist dann quasi damit dann auch eine Superintelligence irgendwann zu generieren, die uns einfach übertrifft und dann ist die Frage, was sind das für Gefahren? Kann diese KI ein Eigenleben haben? Und da habe ich jetzt eine Frage und das ist etwas sehr Spannendes. Kann denn eine KI wirklich so etwas wie eine Intentionalität oder einen Willen entwickeln? Oder braucht es nicht immer der Front verlieren? Ja, ich denke, also da gibt es verschiedene Lager, die auch sehr extreme Ansichten haben. Ich sehe, das ist etwas softer. Wenn du dir zum Beispiel einen PC anschaust, wenn der vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, wenn da irgendeine Datei nicht mehr das leistete, was sie im Betriebssystem leisten sollte, dann durftest du alles neu installieren. Mittlerweile, danach lief es dann wieder, mittlerweile haben die modernen Windows-Betriebssysteme, iOS-Betriebssysteme sicherlich auch, obschon ich mich da jetzt nicht so gut auskenne, aber bestimmte Selbsthaltungsfunktionen. Wenn du hast dort Dateien zum Beispiel relativ einfach gelöst bei Windows, du hast das Original, hast du immer in einer versteckten Partition liegen und wenn irgendetwas nicht mehr rund läuft in dem Prozess, in dem Produktionsprozess, dann kann der Selbsthaltungsmechanismus antreten. Der würde im einfachen Fall so aussehen, dass die defekte Datei einfach durch das Original ersetzt wird und dann gibt es ein Reboot und alles läuft wieder. Das hört sich jetzt erstmal trivial an. Denkt man sich, naja, wo machen wir es nicht immer schon so? Aber das Interessante ist der Anstoß. Im Augenblick musst du das selber anstoßen. Aber ich kann ja auch ein Programm schreiben, wo ich sage, überprüfe dich mal selber und immer wenn irgendetwas nicht so funktioniert, wie es dir dein Masterplan vorgibt, dann ersetze das. So, dann kriege ich das schon gar nicht mehr mit und dieses Programm, Windows kann das noch nicht, vielleicht kannst du das irgendwann mal, hält sich dann selber. Und da ist es der Masterplan, der Punkt. Es hat einen Masterplan. Aber wenn ich in den Masterplan reinschreibe, sammle mal eifrig Daten über deinen Nutzer und dieses Programm stellt dann auf einmal fest, also der braucht aber immer die Datei B, aber die ist gar nicht so gut wie die Datei A, die wir dafür vorbereitet haben. Und im Masterplan steht drin, stelle deinen Benutzer zufrieden. Dann könnte so ein Programm auch sagen, dann ändere ich doch jetzt mal die Datei B um, so wie die Datei A ist und die wird dann besser und mein Nutzer ist zufriedener. Das ist jetzt schon gar nicht mehr Zukunftsmusik. Das kannst du relativ leicht programmieren, sowas. Du brauchst nur Daten, anhand derer du dich dann entlanghangern kannst. Und jetzt kommt eigentlich die philosophische Frage, wenn ich das einem Programm gestatte zu sagen, optimiere dich selber, sodass dein User zufrieden ist. Dann kann ich auch noch ganz andere Sachen vorgehen. Dann kann ich auch sagen, versuche aber möglichst viel über deinen User rauszubekommen, optimiere hin und wieder mal was, damit er zufrieden ist und den Rest schickst du mir. Und dann gucken wir weiter, was wir da noch weiter programmieren. Und naja, wenn du heute mal in so ein Betriebssystem reingehst oder egal auf welche Internetseite du gehst, erstmal musst du ja klicken, dass du einem zustimmst. und ob du wirklich alles da liest bei jeder Seite, also ich, das macht kein Mensch, und auch diese ganzen Cookie-Geschichten, jeder klickt da mittlerweile nur drauf, also die ersten vier, fünf Male liest man sich da ja vielleicht nochmal was durch. Und dann geht man eigentlich davon aus, dass alles so ähnlich ist und man weiß schon gar nicht mehr, dass man alles, wem man alles so bestimmt hat. Und es ist auch nur noch eine Kleinigkeit, gut, es gibt immer sehr aufmerksame Leute, die lesen das dann durch und nehmen dann den Finger und sagen hier, das war aber nicht okay, aber die lesen vielleicht auch nicht alles, diese Selbstkontrolle, die da stattfindet. Das heißt, das, was ich letztes Mal schon gesagt habe, ist glaube ich, da sind wir nur einen ganz kleinen Schritt von entfernt, dass wir künstliche Intelligenzen haben, in, wir sagen, im Rahmen einer autoprioritischen Vorgehensweise, werde selbst in Franzien. Nehme die Funktion, die du ändern kannst, um selber dich an deine, um deine mimetischen Eigenschaften zu entwickeln. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, wieso ich diese beiden Begriffe heute reingebracht habe. Wenn jetzt so eine, jetzt möchte ich vielleicht als Unternehmen, das so eine KI erstellt hat, nicht unbedingt, dass immer KI, KI, KI auf dem Bildschirm aufpoppt und alle Leute nervös macht. Ich sage es mal so, Salo. Also kann ich auch eine ganze Menge Funktionalität in den Hintergrund bringen, ohne dass das jemand merkt. Beim iPhone ist es ja von so. Wenn ich ein Bild mache und sage Portrait-Modus, wird dann der Hintergrund einfach unscharf gestellt. Hatte es von Fotografen gelernt, die wissen, dass wenn ich dann das Objekt in den Vordergrund hole, dann ist das, wo die Aufmerksamkeit drauf zielt und der Hintergrund, der lenkt nicht ab. macht das iPhone automatisch, sucht sie automatisch alles aus. Ich muss da aber nirgendwo zustimmen, dass es so macht. Ich drücke drauf und sage, macht das so. Und das Gleiche kann natürlich mit allen anderen, in allen Bereichen passieren. Da können wir uns ja noch viele verschiedene Ideen machen, aber der Hauptkern von meiner Aussage ist, dass es keine große Tat ist, einer KI beizubringen, sich selbst zu optimieren. Am Anfang über Selbstheilung, hinterher aus anderen Gründen heraus. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, jetzt sind wir aber im Science-Fiction-Bereich, wenn ich dann der KI sage, versuche mal besser zu werden, als das, was du in deinem Umfeld wahrnimmst, dann ist natürlich die Frage, was nimmt sie wahr, diese KI? Nein, aber die fängt dann an, etwas in sich umzuprogrammieren, was wir nicht prognostizieren können. Ja. Und das ist das, was ich letztes Mal schon mit den Begriffen, die wir ja dann diskutiert haben, versucht habe, mal auf die Gedankenschiene zu bringen. Die natürlich weit, die gut, so eine Diskussion sind gut in unserem Talk hier. Aber sowas kannst du schlecht im Fotorat mit der Gesamtheit der Fotografinnen und Fotografen diskutieren. Die denken im Augenblick ja eher daran, wie kriege ich mein Geld nächstes Jahr zusammen, wenn wir die KI die Butter vom Brot nehmen und die möchten jetzt diese Gedankengänge, die jetzt etwas in der Zukunft sind, die lösen denen die Probleme nicht. Den lösen wir die Probleme, wenn wir dem Gedanken weiter folgen, den ich heute mal formuliert habe, mit der eindeutigen Kennzeichnung von Objekten über Merkle-Trees. Da lösen wir Fotografinnen und Fotografen oder Bildgestaltern, Promptografen das erste Authentizitätsproblem. Das lösen wir dann. Das können wir machen. Aber diese Weiterentwicklungssachen, ich sage dir das auch nur, damit ich in fünf Jahren sagen kann, siehst du, Boris, habe ich dir schon vor fünf Jahren gesagt. Da glaube ich dir gerne. Also ich wage ja sowieso keine Proklausen. Ich sage als Antwort auf Prognosen immer, ich konnte die das letzte Jahr, letzten zwei Jahre nicht vorhersehen. Das hat mich wahnsinnig überrascht. Die Entwicklung wird weiterhin schnell sich fortentwickeln und das alles. Ich werde weiterhin überrascht werden. Und das ist erst mal der Fall. Es gibt ja einige Stimmen, die sagen, die Large Language Models, sie bleiben uns erst mal stecken. eine qualitative Höherentwicklung geht mit denen alleine nicht. Da muss noch irgendwas anderes hinzukommen. Dann versucht man denen eine Logik beizubringen. Dann versucht man dann die Modelle mit einer Pluralität von Medien zu trainieren, dass man nicht nur Text hat, sondern auch Bild, sondern auch Thronen, damit dieses Weltverständnis, was man sich da vorstellt, auch trainiert werden kann. Und da gibt es erst mal also Rücken, die man hat. Also im Bewegtbild hat man das dann versucht, indem man auch mit 3D-Modellen und mit Material von Computerspielen die Modelle trainiert hat. Interessant ist es, dass seit drei Wochen ein neuer Anbieter auf dem Markt ist, Luma. Und die haben jetzt vielleicht das beste Modell, mit dem man Videos generieren kann. Also alle reden von OpenAI und Zora. Darf ja keiner benutzen. Google hat auch so ein Modell, auch keiner benutzt. Dann gibt es auch ein Modell in China, dafür brauchen wir ein chinesisches Handy. Dann gibt es jetzt, wie gesagt, Luma und das darf man benutzen. Und die hatten vorher eine App, bei der man 3D-Modelle bauen konnte. Ja, wo man gesagt hat, okay, das Integrieren von 3D-Videos, Computerspielen, schafft eine bessere Konsistenz. und so wird es, glaube ich, in der Zukunft auch weitergehen, dass man die Probleme versucht, mit anderen Ansätzen zu lösen. Ob man das schaffte oder nicht, da wage ich keine Propose. Aber das, was jetzt schon da ist, ist toll, künstlerisch, macht auch Spaß. Damit kann ich auch schon richtig lange beschäftigen. Das Problem, was alle Kreativen haben, ist, dass die Technik nicht aufhört, sich zu beschleunigen. Erst vor einem Jahr war es für mich noch sehr, sehr leicht, mich auf dem letzten Stand zu halten, über alle Plattformen. Das ist jetzt mit 24 Stunden kaum noch machbar. Man muss sich immer weiter spezialisieren und das Problem haben alle anderen eigentlich auch. Daniel, wenn ich Photoshop gehe, jetzt hast du sogar schon immer auf dem Rechner zwei Photoshop-Varianten. Eine Beta, die das kann, eine normale, die das kann, ein Lightroom, was da ist kann. Und wenn man dann auch noch ein Photoshop-Express auch noch hat, dann hat man schon viermal Dinge, die sich stark alle überlappen. Und ich mache schon seit vielen, vielen Jahren vieles mit Photoshop. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, zehn Prozent von dem ausnutze, was dieses Programm wirklich macht und mit jedem Update gibt es ja dann wieder neue Sachen, die man lernen muss, alleine schon diese Programme zu verfolgen, das ist ja schon ganz kompliziert. Aber ich habe noch eine Idee für Fotografen ist für mich spannend zu wissen, was du davon hältst. Also wir haben ja eine große Diskussion, dass diese KI-Generatoren sich in der Vergangenheit sehr wild bedient haben von Fotomaterialien, wo sie gelernt haben in der ganzen Welt. Und dann gab es, wenn ich das recht verstanden habe, aber wie gesagt, ich bin kein Jurist, dass man dort argumentiert, man hat ja nur die Links benutzt, aber nicht das Material selber. Da gab es aber, das hört sich für mich alles eigentlich so ein bisschen so an, als wenn man sich da juristisch ausreden will, aber Fakt ist ja, dass so etwas gemacht worden ist. Da kam jedoch die Idee, was ist mit Fotografen, die ja eigene Archive haben. Wir sind wieder so bei der Frage Authentizität. Ich habe hier ein Archiv mit so 400.000 Fotos, alle digitalisiert, aus der ganzen Welt. Ich habe ja jetzt vor zwei Jahren mal dieses Instagram-Projekt gemacht, 100 Fotos, 100 Länder, 100 Tage und ich könnte doch jetzt, weil ich auch ehrlich gesagt vorhabe, mir eine eigene KI bauen. Die KI trainiere ich mit meinem eigenen Fundus und dann produziere ich KI-Bilder, aber auf Basis von den Bildern, die ich auf der ganzen Welt fotografiert habe. So, damit habe ich ein Authentizitätsproblem relativ schnell gelöst, weil bei mir ist kein anderes Bild drin. Alles sind Bilder, wo ich die Rechte dran habe und die Urheberrechte. Und meine KI hat nur, um neue Bilder zu generieren oder Bilder nach meinem Prompt zu generieren, nur diese Bilder verwendet. Ob das jetzt so gut werden kann, wie das, wenn ich jetzt die ganze Welt als Testmaterial zu verkriege, das weiß ich nicht. Ich, vielleicht bei unserem nächsten Gespräch bin ich da ein bisschen weiter und habe die ersten Erfahrungen gesammelt, aber das hat zumindest etwas mit Authentizität zu tun. Ich nehme da nicht die Bilder von anderen, sondern meine eigenen. Das ist richtig. Wenn du aber nicht das ganze Modell trainieren willst, sondern möchtest einfach nur mit Referenzen arbeiten, dann kannst du es ja schon heute machen. Also wie gesagt, die sogenannten Style-Transfers, die werden immer mehr. Das war ein richtiger Boom der letzten drei Monate. Die sind auch überall verfügbar. Ach ja. Dann muss ich gar kein großes Modell mehr trainieren. Oder ich nehme einfach nur die Lichtsituation von einem Bild und kopiere das. Oder die Ästhetik oder kombiniere das. Also diese Abkürzungen, Bilder als Referenzen, sind schnell und effektiv. Man muss kein eigenes Modell mehr trainieren. Es gibt aber auch Anbieter wie Exactly, auch für Künstler, wo ich sagen kann, aufgrund meiner Bilder kann ich jetzt einen eigenen Stil generieren. Damit kann ich dann weiterarbeiten. Könnte ich auch verkaufen. Das bieten die auch an. Ja, also mal gucken. Hast du vielleicht zum Abfluss, hast du eine Zukunftsprognose, wo wir in einem Jahr stehen? Also ich glaube, in einem Jahr werden die meisten Fotografen, wenn ich das mal auf die Berufsgruppe konzentriere, erkannt haben, wie hilfreich die Möglichkeiten der KI sind. Wir werden stärker differenzieren können oder wir haben dann auch gelernt, vom Sprachgebrauch her zu differenzieren zwischen einer Fotografie und einem Bild. Das, was ich auch meinen Studenten immer sage, auch alleine, wenn du ein HDR-Bild erstellst und dann bestimmte Presets verwendest, dann ist das ein Bild, es ist aber nicht mehr die Fotografie. Und heute nehmen wir andere Verfahren, die viel besser sind, als das, was man mit diesen einfachen HDR-Möglichkeiten damals gehabt hat. Wir können jetzt ganz andere Sachen machen, was man ja alleine schon in deinen Bildern sieht und haben jetzt Möglichkeiten, Bilder zu generieren. Da wage ich noch gar keine Prognose, da bin ich auf deiner Seite, Prognose ist immer eine komplexe Angelegenheit. Aber ich denke mal, es werden immer mehr Fotografen den Nutzen sehen. Wo ich nicht so von überzeugt bin, ist, dass wir das, was ich mir wünsche, die Corporate Governance in die Medienhäuser reinbringen. Das glaube ich nicht, weil ich war lange Zeit Redakteur gewesen, wenn man dort als Redakteur arbeitet und schreibt einen unangestrollen Artikel, dann kommt schnell der Vertriebsleiter und sagt, wenn Sie den Artikel so veröffentlichen, dann bricht mir 30 Prozent meiner Anzeigekunden weg. Und da ist man immer in so einem Spannungsfeld drin, deswegen weiß ich nicht, wenn ein Medienhaushalt dann sagt, wir sind jetzt ganz korrekt und dafür sind wir in einem Vierteljahr dann im Konkurs, da werden sich irgendwelche Grauzonen dann ausfüllen müssen. Ich glaube aber ganz fest, dass ein Medienhaus, was jetzt die Chance ergreift, authentische Bilder mit Garantie zu veröffentlichen, dass dieses Medienhaus Marktvorteil hat. Das wird dann die Quelle sein. So wie es ganz, ganz früher war es immer der Spiegel, den ich gelesen habe als Printmedium, da wusste ich gut recherchiert, wahrhaftige Journalisten, die wissen, was sie dort schreiben, das ist hier keine Boulevardpresse, sondern da kriegt man wirklich gut recherchierte Informationen. Heute sehe ich da kaum ein Medium, wo ich da noch sehr viel Glauben habe, dass das alles sehr gut und nicht nur marktorientiert produziert ist. Vielleicht ist der Kampf da auf der Konkurrenz Druck und Kampf zu groß, aber ich glaube, jetzt ist eine Chance für Medienhäuser zu sagen, okay, ihr bedient die Masse, weil ihr viele Leser habt, wir machen recherchierte und authentische Reportagen und da, wo wir KI-Bilder benutzen, da schreiben wir auch dran, das ist ein KI-Bild. Ich glaube, es wird dahin kommen, dass die Auszeichnung transparenter ist und ich hoffe, dass der Fotorat auch dazu was beitragen kann. Bin auch gespannt, inwieweit der AI-Act dort Einfluss nehmen wird mit dem, was erarbeitet wird vom AI-Office, aber es bleibt spannend und wir sollten unbedingt nochmal ein drittes Gespräch anpeilen, den aktuellen Stand dann im nächsten Jahr irgendwann zu besprechen und ja, also danke für den Input, hat mich wie immer gefreut. Ich finde es sehr spannend, was du auch als Lösung vorschlägst mit der Benamtsung, habe ich so noch nicht gesehen, bin ich gut, solltest dich mit C2PA mal in Verbindung rät. Ja, aber ich rede nicht mit der ganzen Welt, ich rede mit Boris Eldaxen und wenn du meine Gedanken weiterträgst, gerne. Boris hat mich wieder sehr gefreut, ich finde das auch schön, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr wieder die nächste Runde machen oder wenn es sich aus einem aktuellen Anlass dann anbietet, dass wir da nochmal wieder als Sparingspartner dann uns über die Themen mit unseren verschiedenen Disziplinen austauschen. Hab unser Gespräch heute wieder sehr genossen und freue mich schon auf deine nächsten Aktionen. Ich verfolge das ja immer in den sozialen Medien. Danke auch alle, die zuschauen und Interessen haben und das weiter teilen und dann bis zum nächsten Mal. Tschö 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 Tschö